Ich möchte mal ein ganz klein wenig auf ein Thema eingehen, das den einen oder anderen bestimmt interessieren würde, und zwar das Thema Ausrüstung im Skisport. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die statischen oder rein statischen Disziplinen aller DSB, wobei einiges hiervon durchaus auch dafür übernommen werden könnte. Nein, ich gehe es tatsächlich auf meine Sachen ein, die ich für mich exemplarisch hier für die Ausübung der Disziplinen nutze, die ich verwende, in dem Moment im BDMP. Wir fangen jetzt einfach mal relativ trocken und einfach an mit dem Thema Kleidung und arbeiten uns jetzt einfach mal von unten nach oben hoch. Ihr seht hier meine Hanwag-Trackingstiefel. In meinen Augen ist es sehr, sehr wichtig, stabiles Schuhwerk anzuhaben. Diese hier sind zugegebenermaßen für die kälteren Jahreszeiten gedacht. Da wir aber Landesmeisterschaften durchaus auch im Frühjahr schießen, wo es noch kühl und feucht sein kann, kommt man um einen vernünftigen Schuh, der wasserabweisend ist und warm hält, nicht herum. Hier sollte man in meinen Augen auch nicht wirklich sparen. Eure Füße werden auf jeden Fall danken, wenn sie hinterher noch einigermaßen trocken sind und nicht ganz so durchgeschwitzt sind. Preise kann ich euch hier für das Material leider nicht nennen. Das ist immer unterschiedlich, wo man es holt und jeder hat da auch so ein bisschen seine eigene Präferenz. Wir gehen dann mal weiter und kommen hier mal dann zu meiner warmen Jahreszeit. Die habe ich mir relativ neu geholt, vor ein paar Wochen erst. Das ist jetzt von der Firma Meindl. Ein paar einfache Halbschuhe, die aber auch mit Gore-Tex versehen sind und damit auch zumindest mal rudimentär wasserabweisend sind, damit man nicht ganz so in der Suppe steht, sollte es mal feucht werden da draußen. Kann man also auf jeden Fall absolut empfehlen. Wie gesagt, jeder hat hier seine eigene Präferenz. Es geht ja auch weiter. Da gibt es ja auch von 511 und wie sie alle heißen wollen, gibt es ja auch Schuhwerk wie auch Hosen, Shirts etc., die man sich kaufen kann. Das ist aber wie gesagt eine rein persönliche Präferenz. Als Hose verwende ich bevorzugt Arbeitshosen. Die kann man sich bei Engelbert Strauß oder wo auch immer kaufen. Vorteil an diesen Hosen ist ganz einfach, sie sind robust, sie sind sehr schnell abtrocknend. Ich hatte das gerade erst bei der Landesmeisterschaft Dienstpistole. Da hatte ich ein Regenponcho sogar mit dabei, aber dieser hat mich nicht davor beschützt, dass das Wasser am Poncho den Rücken runter und hinten in den Bereich auf die Hose der Waden drauf gelaufen ist und diese dann irgendwann mal natürlich auch komplett nass waren. Aber diese Hosen trocknen sehr schnell wieder ab und sind damit, sage ich mal, relativ komfortabel, auch wenn es feucht wird. Sie sind sehr robust. Ich habe auch die Möglichkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel Knie schießt oder ähnliches, die Kniepolster von den Fliesenlegern und Co sich da reinzuschieben, dann hat man wenigstens nicht irgendetwas oben drüber. Man hat direkt den Schutz für die Knie in der Hose mit drin, was vielleicht ein ganz klein wenig angenehmer ist. Hinzu kommt natürlich auch die ganzen Taschen, die diese Hosen mit sich bringen, wo man halt Utensilien, Ausrüstung, auch Munition etc. deponieren kann. Als Oberbekleidung trage ich, wie ihr wisst, gerne mal meine Showtagweste. Die habe ich jetzt hier nicht bereitgelegt, die kennt ihr ja schon. Aber das kommt tatsächlich auch auf die Witterung drauf an. Grundsätzlich in Sachen Kleidung sollte man immer darauf achten, dass es eine lockere, komfortable Kleidung ist. Nicht zu eng, nicht zu weit, damit sie auch nicht stört. Und sie sollte halt auch der Witterung entsprechend sein. Also lieber anfangs ein bisschen zu warm anziehen, als hinterher frieren. Denn ausziehen kann man immer. Nur wenn man es nicht dabei hat, kann man nichts anziehen. Dann geht es weiter zum Thema Koppeln. Ich selber habe mir jetzt mittlerweile echten Narren dran gefressen, die reinen Sportkoppeln zu verwenden, Sportgürtel. Hier am Beispiel im hinteren Bereich die Double Alpha Koppel. Im vorderen Bereich ist es die Höppner und Schumann Koppel. Beide haben den Riesenvorteil, sie sind sehr verwindungssteif. Damit bleiben sie an Ort und Stelle. Die Waffe bleibt an Ort und Stelle, so wie es sein soll. Sie nehmen alle Utensilien und Pouches, Holster und so weiter auf, die ich für meinen Wettkampf benötige. Hier sollte man ebenfalls nicht unbedingt sparen. Natürlich kann man auch mit einer günstigen Koppel hier und da mitmachen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich im erweiterten Wettkampfbereich unterwegs ist, wird man nicht drum herum kommen. An den Koppeln seht ihr jetzt auch das Thema Holster und Magazin Pouches. Auch hier sollte man unbedingt darauf achten, dass es vernünftiges Material ist. Keine 0815 Billigholster, ein Universalholster zum Beispiel, kann man dann verwenden, wenn man ganz frisch im Sport ist und noch keine eigene Waffe hat. Aber in dem Moment, wenn man eine eigene Waffe hat, dann sollte man tatsächlich hingehen und Passformholster nehmen. Egal ob jetzt hier, wie man links sieht, ein Raceholster oder rechts ein Passformholster. Das ist dann jedem selbst überlassen und entsprechend der eigenen Präferenz. Natürlich geht es im Skisport nicht ohne Gehörschutz. Hier drei verschiedene, passiv und aktiv. Hier ist auch die persönliche Präferenz wieder gefragt, was einem liegt. Es gibt auch In-Ear-Varianten, wie das 3M Peltor LEP. Finde ich auch eine sehr schöne Lösung. Muss man allerdings aufpassen, was die Schussfrequenz betrifft. Kann man nur empfehlen. Davon gibt es ja von meiner Seite her auch schon weitaus genug Videos zu verschiedenen Produkten. Ein weiterer Punkt sind hier zum Beispiel Magazin Pouches. Auch diese gibt es verschiedene Varianten. Es gibt sie als Magnet, es gibt sie als Pouches. Es gibt sie aus Nylon, aus Skydex, unterschiedlich aus Leder, aus unterschiedlichen Materialien. Sie müssen aber für die jeweiligen Magazine, die sie aufnehmen sollen, auch passend sein. Es bringt nichts, wenn das Magazin drinnen rumschlackert und man muss zum Beispiel bei EPP liegen schießen und sie fallen raus. Das bringt nichts. Das heißt, hier werdet ihr nicht drum herum kommen, tatsächlich zu gucken, welche Pouches gibt es, die entsprechend für meine Waffe und deren Magazine passend sind. Hier unten rechts seht ihr dann auch exemplarisch das Thema Schutzbrille. Das ist mittlerweile, soweit ich weiß, in so gut wie allen Verbänden vorgeschrieben. Oben seht ihr eine angepasste mit Korrekturgläsern. Die ist so angepasst, dass sie für mich das Schießen bei mit meinen Waffen entsprechend das Korn scharf stellt. Das heißt, da ist eine sogenannte Überkorrektur im zielenden Auge mit drin. Ich habe unten drunter liegt sie noch. Das sieht man so unten rechts in der Ecke vom Etui, ist noch ein Gelbfilter mit dabei und vorne exemplarisch eine reguläre Schutzbrille. Dann kommt man natürlich auch nicht unbedingt um ein entsprechendes Transportbehältnis für diesen ganzen Mist herum. Ich persönlich bevorzuge, wie ihr wisst, diesen Rucksack von der Firma GPS aus den USA, seinerzeit erworben bei der Firma Valmax, die es augenscheinlich nicht mehr zu geben scheint. Ich weiß es nicht. Die Videos habe ich dementsprechend vom Netz genommen. Trotzdem über Amazon kann man diesen Rucksack noch beziehen. Der wird dann direkt aus den USA verkauft, glaube ich. Ich kann den wirklich wärmstens empfehlen. Er nimmt sehr viel auf, ist ziemlich komfortabel zu transportieren, je nach Gewicht natürlich, aber immer noch besser für mich persönlich, meine eigene Präferenz als eine Range Bag. Wie ihr seht, sammelt sich so über die Zeit hinweg so einiges an Material an, was sich hier und da immer wieder neu herauskristallisiert, was man dann doch wieder benötigt, um zum Beispiel eine ganz bestimmte Disziplin zu schießen oder wie auch immer. Orientiert euch hier vielleicht auch ein bisschen daran, was andere Schützen so verwenden. Ihr müsst nicht nachkaufen, aber es macht durchaus Sinn, hier und da sich daran zu orientieren und zu gucken, was passt denn für mich. Ihr müsst keine Arbeitshose nehmen, wie ich es tue. Man kann auch, wie schon erwähnt, von 5.11 gibt es entsprechende Hosen. Es gibt auch Militärhosen, die halt einfarbig sind, nur vielleicht nicht unbedingt Flecktarn. Das ist zum Beispiel bei uns im BDMP nicht zulässig. Auch keine taktische Kleidung. Wie gesagt, ich finde die Arbeitshosen sehr komfortabel und achtet halt wirklich einfach darauf, dass es für euch ist, euren Stil und dass es vielleicht auch ein bisschen, wenn ihr Vereinskleidung habt, dazu passend ist. Und ansonsten müsst ihr heute einfach ein bisschen durchhangeln. Ich habe ja viele Videos schon draußen mit Material, was ich vorgestellt habe, wo ich denke, das könnte etwas für den einen oder anderen sein. Ja, und ansonsten, über die Zeit sammelt sich da so einiges an, wie ihr seht. Und das ist noch lange nicht alles, was ich in meinem Portfolio drin habe an Ausrüstung, sondern nur wirklich ein Bruchteil dessen, was man so alles im Verlauf des Skisportes so ansammelt.